We can hit and run it, run it, run it, uh-huh We can hit and run it, yeah, run it, I'm run it Heyho und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Transport Fever City Build Wir befinden uns wieder in Feuerstadt und ja, ihr habt das vermutlich schon gesehen Hier unten ist jetzt auch ein bisschen was entstanden Ja, ich hab mir gedacht, diese Fläche, die möchte ich jetzt nicht einfach leer lassen Und hab sie deswegen einfach mal gebaut Im Stil von dort oben Und da das jetzt nicht so Besonderes ist, hab ich gedacht, das mach ich mal ohne die Kamera Genau, ansonsten seht ihr außerdem, es ist mittlerweile 2009 Das war im letzten Video noch nicht der Fall Und dass es jetzt 2009 ist, hat vor allem den Hintergrund, dass das 2009 ein schöner Bahnhof freigeschalten wurde Den ich heute verbauen möchte Und zwar ist das... Dieser hier Steht im Original in Liege, auf Deutsch Lüttich, in Belgien Und ja, sieht ziemlich, ziemlich nice aus Ich bin selbst schon mal durchgefahren Also, der ist echt beeindruckend Und deswegen hätte ich ihn natürlich auch ganz gerne hier selbst auf dieser Karte Genau, und wo stellt man so einen Bahnhof am besten hin? Ich würde sagen, irgendwo hier vorne Und da ihr die Abstimmung zumindest bisher Also heute ist der 3. März 4. März Ich bin mir gerade nicht ganz sicher Sekunde Genau, der 4. März ist heute Ähm, ja Da habt ihr bisher noch nicht abgestimmt Und insofern habe ich mich einfach mal selbst dazu entschlossen Hier Ein Bankenviertel Hinzustellen Ich meine, wenn ihr nicht abstimmt Dann kann ich da leider auch nichts dran ändern Okay Und deswegen hätte ich hier gerne nochmal einen zweiten großen Bahnhof Mit 12 Gleisen 400 Meter Bahnsteiglänge Das sollte, denke ich, reichen So Na, das Ganze müssen wir noch irgendwie drehen Und Ja Jetzt ist die Frage Irgendwo hier aufstellen Wo die Terrainangleichung möglich ist Das ist hier hinten der Fall Moment Ich aktiviere einfach mal die Höhenlinien Dann sieht man es ein bisschen besser Oder Wir drehen ihn nochmal so ein bisschen Dann drohten da einfach vorher hier noch den Berg ein bisschen weg Bevor wir den bauen So Hier einmal nach unten bitte Ja Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen flacher aus Hier dieser Hügel kann runter So Und dann dürfen wir das Ganze noch ein bisschen angleichen Dass das keine zu großen Steigungen werden Hier zwischendrin Genau Das passt dann aber auch so weit So Und dann können wir jetzt hier Moment Hochgeschwindigkeit wollen wir schon haben Diesen schicken Bahnhof hier einmal aufstellen So Dann müssen wir natürlich noch die Gleise verbinden Jetzt einmal kurz schauen Diese beiden Gleise hier müssten die S-Bahn-Gleise sein Äh Sekunde Ja Stimmt soweit Okay Dann brauchen wir einmal Gleise mit 120 kmh Höchstgeschwindigkeit So Und die Fügen wir einfach mal Hier dran Ja gut 120 kmh kann man da nicht fahren Das ist dann halt so Genau Also zwei Gleise müssen da auch erstmal reichen Für die S-Bahn So Dann Für die Regionalzüge Die dann irgendwann mal noch kommen Können wir auch noch ein paar Gleise verlegen Hier So Einmal um die Kurve rum Und dann aufs erste Gleis Drauf So in etwa Das Ganze auch in der Gegenrichtung Genau Dann Diese beiden Gleise hier Einfach mal bis hier parallel So Und die kommen jetzt Tatsächlich Etwas weiter unten dran Achso Da sollten wir auch Zwischendrin Noch mal einen kurzen Stopp machen So in etwa Genau Und dann brauchen wir ja auch noch Gleise Für endende Züge Moment Das machen wir ein bisschen anders Der kommt doch an Dieses Gleis So Und das Gleis hier Das bekommt Ein Anschluss an Beide anderen Gleise So in etwa Und dann würde ich Ja gut Wobei die sind ja Beide in einer Richtung Allerdings würde ich hier Tatsächlich auch noch mal Ein Gleis Einmal quer Rüber bauen Damit auch hier Damit auch hier Züge Und ich würde sagen Und ich würde sagen Das baue ich mal wieder Im Zeitraffer auf Wir sehen uns dann Danach Dürfen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe es hat euch gefallen, in der nächsten Folge bauen wir dann hier dann mal die ganzen Gebäude auf und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, bis dahin, viel Spaß und ciao!